Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde des Space Colonies. So, weiter geht's. Wir bauen unsere Military Base auf, die wir brauchen für die Quests auch. Und wir müssen ein paar von denen bauen. Da brauchen wir vier Iron jeweils. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen mehr Eisen machen und dann mal schauen, dass wir direkt mehr bauen von denen. Und dann geht's rund, würde ich sagen. Was ist eigentlich, wenn ich hier draufgehe? Den werden wir uns später mal angucken, den gar nicht mäht. Mal gucken, da kommt schon auch noch was. So, ich würde sagen, wir bauen erst mal fünf Stück. Warum nicht? So, Nummer vier. Enemy Dropships. Hm, die kamen gar nicht an. Ärgerlich. Für die Dropship Drop. Gekillt. Die Fenster-Kolonie. Okay. Hm, da landet tatsächlich einer. Jetzt nicht mehr. Zack, zack, zack. Da kommt auch noch was. Ein Panzer oder whatever. Was? Oh, ist ja. Oh, ja. Ist kaputt. Die haben was kaputt gemacht. Achso, ein Workshop ist auch kaputt. War schon frech. Ah. Unser Workshop ist kaputt. Scheinbar haben wir jetzt alles durch hier. Auf CRS kann das sein. Weil irgendwie... Das ist fertig. Die Fenster-Kolonie. Da ist ein Haken dran. Ich denke mal, wir sind auf CRS jetzt durch. Mit dem... Mit den Quests. Scheint fast so, ja. Gut, dann gehen wir mal um Mars zurück. Scheint fast, dass wir auf CRS erfolgreich waren. Mit dem Defenden und so. Wir müssen hier noch den Space Elevator bauen. Dann gehen wir jetzt mal an. Wir brauchen 12 von den Nanotechnologien. zum Beispiel. Also von denen. Das heißt, wir brauchen Silber. Wir brauchen Silber. Freunde der Sonne. Das heißt, ich würde aber lieber eigentlich mehr von denen bauen, weil ich keinen Bock habe da... Jetzt die anderen Teile auch wieder... Können wir noch... Können wir noch einen machen? Sehr gut. Machen wir noch mal zwei. So. Auf geht's. Dann werden wir mal ein bisschen Silber abbauen. Bisschen Silber. Silber, Silber, Silber. Na komm. Silber. Auf 30 Meter. So. Bisschen. Danke. On. So. Nächste. Silber. 30 Meter. Und los. Wieso braucht man denn davon überhaupt? Da brauchen wir mal einiges, ne? Ah, ein. Ne, zwei. Na ja, das kriegen wir hin. Zwölf Stück brauchen wir, glaube ich. So, dann gucken wir uns das nächste Mal an. Dann brauchen wir Nanofibers. Nanofiber. Germanium-Fens. Brauchen wir dafür. Alles klar. Wir brauchen davon... Ach, das heißt 16 mindestens. Das heißt, wir müssen doch wieder auf Ceres. Weil wir brauchen diese Germanium-Fens. Was wir noch nicht haben. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht abgebaut. Ne, weil wir dafür 80 Meter brauchen. So. Bauen wir ein bisschen ab. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir da zu Rande kommen. Was brauchst du eigentlich ab? Nein. Ach, du brauchst immer noch LED ab. Das ist okay. So, wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen noch von 20, damit ich da drüber schicke. Weil sonst lohnt sich das ja nicht. Aber gut, die Kolonie funktioniert auf jeden Fall. Verteidigung ist da. Wir hätten zwar noch einen Laser-Turret bauen können, aber haben wir nicht. Also, was soll's. Alles gut. Es hat ja so funktioniert. Ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert hat. Die Verteidigung stand. Oder hat Stand gehalten. So. 19. Und dann haben wir gleich die 20 erreicht. Und auch zu sein jetzt. Das heißt, wir launchen 20 Dinger zum Mars. Und los geht's. Jöööö. Flieg und sieh. auf zum mars auf zum mars da kommen sie morgen acht stück habe ich gesagt dann brauchen wir direkt die acht stück dann haben wir die schon mal durch dann acht von denen die sachen sind relativ isielle zu machen wird krimine ohr vom fobos so acht händchen acht händchen heißt du machst mal wieder das titan haben wir sowieso acht händchen dann brauchen wir noch sechs von den dingern von diesen da kriegen wir nicht hin weil wir brauchen noch frozen methan so dann kann es auch mal ein bisschen palladium wieder machen sechs von den dingern so und vier von denen wandert scheiße wir haben zu wenig magma warum das ist doof wir brauchen mehr magma freunde der sonne du brauchst gerade gar nichts ab du frechdachs dann machen wir das du brauchst magma excavated by miners ja das ist richtig aber die kann ich leider noch nicht bauen weil ich mich frage das ding hier wie kann ich das ding bauen frage ich mich so das heißt wir brauchen magma magma haben wir zu viel zu wenig jetzt verdammt wir können gerade mal zwei brauchen wir brauchen vier magma excavated by the miners ja aber leider noch nicht das ist voll okay dann bauen wir ein bisschen gepäst kompost brauche mal hallo 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 okay hallo mauerrup hallo mein kaposter geht doch Mensch die falando ist natürlich jetzt magma 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 wir brauchen viel mehr magma Ja, das gibt nur Damage. Das weiß ich. Das ist wirklich schlecht. Wenn wir zu wenig haben. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir sonst Magma? Sonst wahrscheinlich gar nicht. Das ist natürlich blöd. Da fehlt auch noch was. Circuits, also. Verdammt. Was ist das überhaupt? Ein Observatory. Haben wir da die Nischen? Die haben wir nicht. Keine Ahnung. Egal. So, wir haben bis auf die Teile. Die werden wir, glaube ich, auch schon bauen können, oder? Zwölf Stück. Aber dezent. Wir brauchen halt Magma. Es kriegt Ceres Magma? Nee. Verdammt. Ceres kriegt auch kein Magma. Das ist frech. Hm. Da ist schlecht. Da ist schlecht. Da ist schlecht. Von den Miners. Warte mal. Miners. Da haben wir nur einen. Das sind doch Miners. Vier. Das heißt, wir brauchen noch neun von den Fläschchen. Neun. Und davon vier. Was würde ich kriegen? Weil wir brauchen Organic Fab. Und Glas. Aber dann brauchen wir ein paar Miners, ne? So. Oh, das Aluminium ist gerade mache. Leider braucht die Fabrik ein bisschen länger. Eigentlich könnten wir mal ne neue Fabrik bauen, ne? Ne zweite. Weil irgendwie... Ist ja, glaube ich, zweit schneller. Ich glaube, wir brauchen ne zweite. Darauf geschissen. Wir brauchen ne zweite. So. So, da können wir sie bauen. Da können wir nicht. Weil wir haben zu wenig. Oh, tu. Das heißt, wir brauchen eigentlich wieder die da. Das heißt, wir brauchen wieder Seeds. Na, tu mal. Wir brauchen wieder eine Hydroponik-Farm. Sag ich Käse? Na, tatsächlich. Alles klar. So. Dann sollen wir gleich eigentlich genug haben für die zweite Fabrik. Sehr gut. Umso schneller geht das alles hier. Mal langweilig. Strip hier. Sieht das aus hier. Sehr gut. Stoge ist auch okay. Können wir mal neuen bauen. Zack. Mehr Lagerfläche hier für uns. Das Ding ist auch fertig. Sehr geil. Dann mal vier Stück einstellen. Hör mal auf mit dem. Machen wir mehr Aluminium, bitte. Daher ist es zu lang. Ernsthaft? Ach so. Ach so. Ach so, ach so, ach so. So, vier Stück bitte. Machen wir mal Minus. Damit wir mehr Magma kriegen. Roger. 10-4. Da brauchen wir zwar wieder acht Hände. Da brauchen wir natürlich wieder mehr Aluminium. Roger. 10-4. Oh, das kriegen wir hin. Roger. 10-4. Jetzt haben wir gleich fünf Miner. Roger. 10-4. Und wir kriegen mehr Magma. Mehr Magma. Jetzt haben wir schon den dritten. Jetzt brauchen wir noch einen. Sehr gut. Einen noch. Dann haben wir den Elevator. Könnten wir dann theoretisch bauen. Können wir aber noch nicht. Weil wir brauchen natürlich noch andere Sachen. Wie zum Beispiel würde ich fast sagen ein... Das hier. Da brauchen wir natürlich noch Kobalt. Da müssen wir noch von Ceres Kobalt holen. Das heißt, ich stelle mal eine wieder auf Kobalt um. Ich würde fast sagen... Diese jene. Und wenn wir schon mal 20 rüber schicken. Zack. Und los geht's. Auf zum Mars. Dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir uns dann als nächstes noch ein zweites Nuklear-Plant bauen. Was wir brauchen. Für Strom. Da müssen wir natürlich noch die anderen Sachen bauen. Hier Rechargeable Batteries und die Teile. Und zwar brauchen wir noch von 4. Da brauchen wir noch mehr Eisen. Davon brauchen wir 4. Und von dem brauchen wir glaube ich 6. Meine ich. So. Genau. Davon brauchen wir 6. Die Frage ist, braucht das... Ja. Menschen brauchen wir das auch. Aber das kriegen wir hin. Vor allem können wir da noch ein zweites Apartment angehen. Langsam. So. Wie gesagt, von denen brauchen wir 6. Können wir auch hin. Machen wir da mal ein bisschen mehr Eisen. So. Wir brauchen unbedingt noch 2 Magma, Freunde. Könnt ihr mal was finden hier? Meiner ist 5 Stück. Echt mal. Ganz schön lahmarsche hier, die Arbeiter. Gibt es hier gar nicht. Habe ich hier nicht schon eingestellt, die 6? 5. Okay. Ups. Ups. Oder hat sich die bei der anderen eingestellt? Natürlich habe ich die wahrscheinlich bei der anderen eingestellt, ne? Natürlich. Was denn sonst? So, dann machen wir hier nochmal noch ein Nuclear Plant hin. Strom haben wir dann auf jeden Fall genug. Und dann sollten wir uns mal hier wieder drum kümmern. Da brauchen wir... Auf jeden Fall wieder Sauerstoff. Einiges. Glas und Seeds. Seeds. So, dann brauchen wir jetzt nochmal. 2, 2, 4. Alles klar. Ähm. 2. 2. 4. 4. Sojabohnen. So. Genau. Sojabohnen brauchen wir noch. Sojabohnen. So, dann machen wir mal auf 4. Mach. Dann machen wir die Stem Cells. Mach mal ein. Oh, ein brauchen wir noch. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Earth, Space, Colonies. Tschüssingen.